herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge dragon quest 8 und wie ihr seht hat er uns ja noch ein geschenk da gelassen nämlich eine statue von uns alles nach wunderbar hier können wir sie noch mal sehen ganz ok ist unser alchemy jetzt gleich schon der ist leer dann nö 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 rosenwurzblatt und natürlich noch magic wand wo haben wir denn zauberwasser könnte da was dran sein ich glaube es nicht scheiße ja scheiße gelaufen dann machen wir auf jeden fall dass das und das könnte da was dran sein ja ok reicht noch mal attribute grad kurz ob wir 222 257 jetzt mit der neue rüstung schild und helm ist halt wieder das stärkste 57 255 er braucht echt noch ein bisschen mehr ja was jetzt jetzt könnten wir theoretisch mal kurz nachschauen es tut mir echt leid aber das muss jetzt sein was ist dann das bitte also ich muss gerade kurz schauen ja magic wand und herbert das habe ich doch das habe ich doch richtig kombiniert also ich wüsste jetzt nicht woran es jetzt gelegen wäre dass das nicht funktioniert das eine rezept komisch also eigentlich hätte das funktionieren müssen aber hat es jetzt irgendwie nicht das wutzblatt war doch richtig oder ich könnte mal gut schauen also das hosen wutzblatt ne eigentlich haben wir das okay auf jeden fall das magische wasser haben wir oder was anderes habe ich vielleicht das falsche wasser oder und ne doch ist doch das richtige was ich da ausgewählt hatte ich will es gerade mal kurz wissen weil ich würde schon noch gerne das habe ich das ich würde schon noch gerne das rezept haben aber irgendwie hat es ja gerade nicht geklappt ich wollte noch dahin und zwar und zwar sollte das hier irgendwie zur verfügung stehen habe ich gehört was laufst du hier rum ich auch nur das modium sind eigentlich hieß es das ist irgendwo habe ich aber keine ahnung dann geben uns das später auf das rezept aber ich wüsste es ist dein ernst gehst und weg aber ich wüsste es nicht was ich übersehen hätte hier ja ein wuss und alles weg ganz mies aber ich habe doch wirklich nichts anderes und das rosenwurz bisschen sieht genauso aus wie das was wir brauchen klingenbomarang brauche ich den ich glaube nicht eiszöpfen durch ich glaube nicht so viel kürzlich kraften ich weiß es nicht ich bin es auch keine rolle wir können auf jeden fall vielleicht mal ein paar sachen verkaufen ich will irgendwie gar nichts verkaufen wir wollten eigentlich jetzt noch ein bisschen wir wollten eigentlich noch ein bisschen gold farm dass wir genug gold haben für unsere coolen waffen deswegen was so warte mal wir haben ja der heiligenschutz auch was weg was jetzt doch die ist noch da naja jetzt laufen wir auf jeden fall vielleicht einfach mal rum unsere rezepte fertig zu kriegen ja passt nee wir wollen jetzt unbedingt gold also wir machen jetzt folgendes ich vielleicht ich weiß nicht ob das wirklich was hilft wenn ich damit das pfiff macht das vielleicht noch stärkere monster kommen ok nein hat sich erledigt diesen die schwächsten monster die es gibt ich will jetzt gold golems ich sag es jetzt noch genau einmal oder gibt es einen besseren weg für geld zu form ich glaube es irgendwie nicht ja jetzt haben was ist verstanden was ich würde sag im spalter sich multi schuss sagt und weg ist und weg ist und weg sind sie 1.500 gold seht ihr so fand man heute es ist eigentlich nicht das richtige für die aufnahme aber ich will es unbedingt diesen ich glaube es noch ein bisschen rum dass das rezept endlich fertig wird weil ich will unbedingt noch für angelo die coole neue waffe haben aber wie schnell wir sind ich will das rezept fertig haben was tue ich hier nur mit der zeit anstellen und ich will noch mehr geld haben ich will hier und halbige schutz wird sein ist jetzt endlich weg und jetzt hoffe ich dass gold gold abs kommen ич und kein bitcoin im tier g heinlow den geschön gold 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 nämlich bitte hallo gold gold ach meine bitte wurde erhört achs des bösen clear haben wir noch gar nicht gemacht das trifft alle haben auf alle feinde oh cool cool und kaboom 15 klärt 12 ok multischuss da dann okay der ist auch weg jawohl 1500 stark als nein und ich hätte es gerne dass das rezept fertig ist nein was will ich mit euch ich will gold golems zwar schon 3000 gold gemacht die geben echt richtig gute nee nee ach so wir können ja noch im göttervogel stein können wir auch noch ein bisschen lustige sachen machen sind wir hier ja auch noch nicht fertig gold golems bitte kommt heran ich mag euch doch so sehr nur noch eine runde gold golems ok dann verschwinden wir hier beziehungsweise unser rezept könnte auch mal fertig sein nein gold golems bitte wir verschwinden hier schon eine halbe stunde ok das ist nicht aber ich will jetzt unbedingt noch eine runde hier haben rezept ist fertig und jetzt passt auf papämm Metallkönigschild ist das nicht cool jetzt will ich es nochmal probieren probe das gras und und was anderes haben wir nicht also ich meine was anderes haben wir nicht in der richtung was anderes haben wir nicht und zauberwasser verstehe ich es nicht man nee warum klappt das nicht hängt es an der Reihenfolge aber das glaube ich nicht es kann nicht sein dass es an der Reihenfolge liegt also die Reihenfolge von den Sachen die ich quasi reinschmeiße daran kann es wirklich nicht liegen aber ich probiere es nochmal da ist nämlich jetzt das magische Wasser das ist glaube ich in zehn jahren nicht könnte es das sagen es sieht ja genauso aus wie wir auf den bilder eigentlich okay weißt du was genug dreimal gold kombinieren warum nicht was war es denn noch was wir herstellen konnten egal 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 wir haben jetzt genug rum geeiert ich wollte jetzt noch glaube ich einmal gold golems ich sagte ich wollte noch einmal gold golems und wenn jetzt kein gold golem kommt dann gehe ich nach hause ich meine sehr ernst gold golem und wir gehen nach hause aber erst will ich noch nach Kratenbruch Dreikstal so hier gibt es nämlich auch was schönes ich hoffe es doch dass wir jetzt endlich 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 hier kostet 28.000 28.000 ich will zu meiner Mama können wir irgendwas verkaufen für 5000 heilige scheiße für 5000 heilige scheiße 4 88 verkauf nicht möglich ja das wäre ziemlich scheiße 6000 ok hey das ist immer nütz ja das brauchen wir nicht kann auch mal weg achso ich wollte es nochmal schauen das brauchen wir den können wir einen verkaufen ich weiß nicht ob wir davon wirklich im zweiten äh theoretisch könnten wir auch den verkaufen für 12.000 dann hätten wir es auf jeden Fall weil achso das ist eine Sense das ändert natürlich alles dann lassen wir es vielleicht mal noch weil ich weiß den kriegen wir glaube ich nie wieder den bahn war ich deswegen ja lassen wir mal noch versteckte bummerang brauchen wir nicht heute wird mal ein bisschen aufgeräumt die Eisenmaske bringt auch ein bisschen was brauchen wir ja auch nicht mehr du 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 den stärkerring brauchen wir den keine ahnung oh kupfermann zumindest ich weiß gar nicht äh 5000 wird es geben weiß ich nicht ob das wirklich wirklich lohnt äh kupferschwer soldatenschwer nö der harnisch wir können eigentlich mal das sowas von verkaufen weil das brauchen wir echt nicht genau so wie ähm verkauf nicht möglich Glitzerkleid brauchen wir noch Knochenschild 8000 das brauchen wir auch nicht mehr wir brauchen es halt echt wirklich nicht ähm brauchen wir den keine ahnung das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr schicke Weste weil Angelo hat jetzt was Bösseres und das kann ja nur Angelo anziehen und ich glaube diese Weste brauchen wir sowieso nicht ähm in der Hinsicht ähh ja was brauchen wir noch kann man noch kurz schauen ja brauchen wir wirklich nicht diese ähm Sache äh äh ist not recommended ja meine Güte ok magisch sauber ich brauchen 2800 gell mhm Stahlschild leichter Schild ist auf jeden Fall mal verkaufbar ähm ähm wunderschwer ähm leißzapfen dolch 4000 wie soll das Gold wert 5000 wisst ihr was wir haben nur drei Stück aber ich brauche auch echt keins also eins kann man echt verkaufen glaube ich so 2800 nein 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 2800 ja bitte ich hoffe dass wir den langen Bogen nirgendwo anders herbekommen wartet bitte kurz ich muss noch kurz schauen ich hab jetzt keine Lust heute das nachhundert aufzugeben und am Schluss irgendwie äh kriegen wir dann doch irgendwo anders her hey das ist mir jetzt richtig böse also heute ist es irgendwie wieder so eine Folge wo ich mir denk so ja super vorbereitet äh was ist das ist der langen Bogen ok ok dann schau ich grad mal noch kurz ähm nö kriegen wir nur hier also können wir den in Ruhe kaufen sonst äh hatte ich jetzt gesagt wir warten vielleicht nach Beutel jawoll und jetzt passt auf jetzt passt auf jetzt passt auf ablegen alchemiekessel langen Bogen und jetzt passt auf dann könnte in der Tat was dran sein und ich denke äh dass Angelo vielleicht jetzt nicht ganz ohne irgendwas rumläuft kriegt er einfach den den Mond ok kann ich auch wissen kriegt er einfach den Stab der Antimagie kriegt er einfach den Wunderschwert Anteil seiner LP wieder ok ok ähm Bronze rostiges Schwert H1 ein sehr mächtiges Schwert ja Ruhnstab dann dann nimm jetzt einfach den hier und sei zufrieden hm 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 ja achso achso das Schild haben wir auch noch gar nicht ausgerüstet ach es ist nicht schön und gerade mal 180 Grad in den Westen so gerade noch kurz das Schild jemandem gegeben hier kriegen wir 35 mehr er hat es aber nötiger er hat es echt nötiger er hat es echt nötiger deswegen ja und das Kraftschild ausrüsten transfer in den Beutel damit 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 und noch Halle Geschutzaura Dankeschön kann weitergehen ähm Karte ok nein keine Karte man muss immer von Obe nach Unde anfangen ne also deswegen laufen wir es erstmal hoch oh jetzt wird es aber Nacht ey ok irgendwie riecht es hier nicht so nach Schätzen hätte ich jetzt mehr erwartet von wir müssen ja sowieso jetzt ein bisschen rumlaufen also es schadet nicht hier ist kein Schatz da geht es doch runter oder nicht da geht es doch runter oder nicht noch da geht es noch da hinten hey das ist ganz schön das ist ganz schön umfassend hier oben aber kein einziger Schatz ich bin richtig deprimiert grad ich bin jetzt extra für die Schätze gekommen aber da ich schon gar nichts ey was soll denn das äh ich glaube äh ich äh spinne also nein jetzt mal im Ernst was ist hier oben warte hier warte ja das kommen wir wieder aufs gleiche äh hallo hier ist hä hier ist nix ich verstehe es grad nicht hier oben ist aber überhaupt nichts hier oben ist überhaupt nichts verstehe ich jetzt nicht äh jetzt versuchen wir nochmal zu erkunden was ist hier also ich versuche jetzt nochmal hier irgendwo zu landen dass wir vielleicht doch auf der Statue irgendwie keine Ahnung ne da landen wir nur davor miese Brise hm hm keine Ahnung was das jetzt genau zu bedeuten hat dass wir da nicht oder dass wir da einfach nix finden oder nix haben ähm und sonst hatten wir jetzt glaube ich nirgendwo so das Glück dass wir was finden ne naja landen wir mal so wir haben ja gesagt da oben ist nichts da rein spaziert ja rein spaziert hier war ja nichts wenn nicht fragen wir einfach nochmal den Jengis der weiß bescheid ok ok ja gut ja 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 So hereinspaziert wer ist denn da Was ist das was anscheinend war es der neue oberste Die leiche streie sei nach herrlichkeit entdeckt hat ich habe gehört dass er eine vorahnung hatte Und wieder blüht das ein pferd von heute um ihn zu finden Ja halte mal wo ist er dann jetzt vielleicht gibt der mir information Na ja ja sorry Jetzt kann ich wieder den bengel suche seiner residenz ja wo ist denn bitteschön seine residenz Ich will hier auch mal mit dem steinfahrer soll es das bedeutend seine residenz Soll ich jetzt noch mal nach mehr abteilen Bis jetzt nur eine keine ahnung idee Beziehungsweise was heißt idee Ich ja Unser geld ist weg unser geld ist weg jawohl Vielleicht hätten wir doch nach neos müssen oder so Bin gerade überfragt aber ich glaube hier hier kommt er nicht mehr zurück ich meine irgendwie ist er trotzdem hier so an eigentlich Ja okay Hat sich das geklärt Achso Ja egal Fliegen ist doch noch am schönsten Vor allem wenn neos direkt vor der haustür ist Aber hier kommen wir irgendwie einfach nicht Sollen wir es nochmal probieren Sollen wir es nochmal probieren? Ne da kommen wir glaube ich einfach nicht hin Jetzt landen wir einfach mal Jetzt landen wir wieder hier Na dann wenn es halt so ist dann müssen wir Einfach mal schauen und anklopfen Wer ob jemand da ist Hola Da fällt mir ein Spürnase Drei Schätze Wollte ich doch alles mal nachschauen aber Ah jetzt sind sie weg Aus dem weg mit euch hier Aha Ladies and gentlemen As you are all aware The Lord High Priest has passed Now he sits beside the goddess There are those intent on making spurious allegations about the circumstances but I can assure you he died a natural death Okay And I tell you this I have no intention of becoming the next Lord High Priest Or rather I have no intention of becoming another hollow idol like all those we have had to endure until now I ask you What is a king? A king is but a man born into the right family Should that give him the right to do whatever he pleases? Be weighted on hand and foot and un- A soldier demanding such treatment would never be tolerated Even if such a soldier had the stature of a king He would never be allowed to escape the social class into which he was born I am such a soldier Born out of wedlock And thrown out of my own home A commoner like me That is the belief of the church Yes such positions of weighty responsibility should be filled Hm Hm What is that? A great noble noble and righteous who you are You have made anything to do A sorrowful prayer for our uncertain world Perhaps the Lord High Priest Our kings Our goddess All of them reign over But I am different For I have not one drop of nobility in my veins Yet I am here And only as a result He builds up very well for that he is just a simple Follow me! It is time to oust our artless rulers! It is time to oust our artless rulers! It is time to... So, you have a choice! Follow me! Oder? Or meet your fate! Just as those intruders shall! Now it is time to use my power! You should have stayed away! But if you stand between me and my destiny You leave me now choice! That's going now That we are so fast in the end Team Ruh! Schlitzer Trio! Alla! 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 You should have... extra dk Alla! That's going now! Now it comes! We need a couple men USA! To get this! alla! This week I will raten! We didn't get this time! Alla! kann man machen okay auch eisige energie will müssen wir auch darauf achten irgendwie aber wie kann man es nur am besten prädikten würde da mal noch angreifen ja sowas zum beispiel würde da mal noch angreifen ja sowas zum beispiel das ist genau das was wir brauchen da kehrt es auch den rücken aber das schon mal 1000 schaden auf dem buckel konstruktion konzentration das gefällt mir jetzt kann natürlich die einzige energiewelle das spüre ich irgendwie dann müssen wir gleich mal noch ja dankeschön ja dankeschön jetzt kann ich das gerade wieder von vorne machen er macht mal mittelheilung ja okay also gut beschleunigung mega stärkung also machen wir wollen nicht mehr als 20 konzentrieren weil die einzige energiewelle machte ich vielleicht jede dritte runde er gleich noch mal im ernst okay jetzt aber zweimal hintereinander gemacht also ich meine lösen uns auf 20 konzentrieren ich bitte ich jessica konzentration zauber er kann mega stärkung machen das schadet nicht sehr schön 30 ok nächste runde jetzt heißt konstitution kann sie sowas wie schwäche machen und er hat es nur ein schwert gell idiot na gut er braucht es auch kein schwer er braucht auch kein schwer keine ahnung was greift einfach an 40 perfekt ok die schwächung kam zu spät warum ist es schneller gewesen das ist ein fall für die mega heilung das wird darauf das sicheren zeit sind ein spalter konzentration konzentration sehr schön er machte das das schadet auch niemanden das wort schnell das wort schnell also ich meine es war wirklich schnell ach so war dann noch so schwach ist ich muss er ist eine starbein aber mit deinem Hilfe kann ich endlich kontrollieren diese flech jetzt dass dieser verdammt hat sich für mich der letzte heil ist nicht mehr und die seale der scepter ist ja die Zeit hat kommen von jetzt complete mein revival mein revival oh man immer dasselbe es muss immer zum schlimmen stück kommen was willst du hoppla da hebt was ab ich gebe nichts hält mich am boden alles blass egal singen ist nicht meine stärke ja okay es reicht jetzt heiliges kanonero ja es ist hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist ein Loch Da hängt jemand Oh Oh Mist Was? Was are you doing? Let me go If you hadn't interfered I could have all of Rathlons power But it's all over now Let me go I don't want your help Hmm No I won't let you die You will go on living Knowing that the brother you despised your whole life took pity on you I won't let you have everything your own way You're determined To disgrace me More than ten years It was more than ten years ago that I first came to the Abbey having lost my family And you were the first person I spoke to I had nothing No family no home I was off you were kind to me Just for those first few moments As soon as you found out who I was it changed everything But I never forgot that moment of time You will regret the day you saved my life You know I really don't care Do your worst You can't hurt me anymore Oh shit Oh shit Is this your ring? Your Templars Its yours It means nothing Okay Angelo Are you just going to let him leave? He's really badly hurt Achja Der hat schon seine Magie Erstmal schauen Was wir da für einen Ring bekommen Wir haben keinen Ring bekommen Angriff zehn Ehm Bringt uns halt nix gell Also Dankeschön Dankeschön Gern gesehn Ehm Yangus Bitte nochmal von vorne Okay Okay Die Schätze sind weg Die Frage ist Wo waren die? Mies Was kannst du? Okay Ich glaube Hier sind wir Ehm Hey Gut Super Ähm Was machen wir jetzt nächstes? Vielleicht ein kurzer Moment des Speicherns Wir hatten Wir hatten Heilig Schuss Achso Ich wollte das Rezept mal noch Endlich zu Ende bringen Ähm Nein Wir haben echt kein Gold Das mache ich aber vielleicht Nach der Aufnahme noch ein bisschen hier rum Ähm Gehen Ähm Also ich meine jetzt hier ähm quasi ne Und so Ach was ist denn da? Ja hoppla Heiligen Schutze Yeah Danke Okay Komisch das hier alles so verwandelt Hm Die Monster sind zu stark Äh Da hilft keine Heilig Schutzeora Da hilft nur Team Ruf Ich habe gar keine Lust mehr selber zu kämpfen. Einfach für sich arbeiten lassen. Kabumm, jawoll. Schlitzerei. Jetzt gibt's, weil die hielen sich automatisch. Das ist das Witzige. Und weg mit euch. Und noch eine Runde angreifen, bitte. Wie viel Leben hat der? What the fuck? Also ich meine, das geht doch nicht. Da links. Oh, ist auch noch was. Okay. Da sollten wir jetzt heute eigentlich nicht mehr anfangen, ne? Da sind so viele Bücher. Ähm. Ja, ja. Okay, Hammer. Okay. Ja, also gut. Dann. Ich meine, wir haben sowieso alle Rezepte. Von Büchern kriegt man eigentlich nicht mehr Informationen als Rezepte. Ja, wow. Das, ähm. Interessiert uns eigentlich alles nicht. Uns interessiert nur die Schätze. Beziehungsweise uns würde mal eine Karte interessieren. Sowas in der Richtung. Perfekt. Dankeschön. Viel zu kompliziert. Ähm. Geben die Geld? Ich muss gerade mal kurz schauen. Team Ruf. Zweite Mannschaft. Ah, das war mal ein Hieb. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht. Ich freue mich, wenn halt immer so lang. Aber was soll ich denn machen? Die Zeit braucht es halt. Und, ja, verschieben. Das ist das. Ich weiß nicht. Wir können sowieso jetzt den noch nicht bekämpfen. Also, versteht ihr, was ich meine? Wir können jetzt hier schon alles looten und so. Und den Durchgang schaffen. Aber gegen den Endboss kämpfen, glaube ich, können wir noch nicht. Ähm. Ähm. Da überschätzen wir uns vielleicht noch ein bisschen zu sehr. Ähm. Ja. Werden wir den dann sehen. Beziehungsweise, ich werde dann noch ein bisschen Level in der Zwischenzeit. Und. Und, keine Ahnung, ja. Wollen wir den dann sehen. Okay, nein. So viele Bücherik gerade. Was soll denn das alles? Ah. Auf den Alchemie-Kessel. Auf das ist alles, was ich gewartet habe. Dann, der ist im Wagen. Das ist alles, auf was ich gewartet habe. Ähm. Das ist ziemlich komplex. Was ist denn hier drin? Nichts. 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 Ähm. Da drin waren wir. Mal so weit und nicht weiter. Hier drüben. Ach. Die Fenster greifen plötzlich an. Er holt sich. Er hält mp. Wow. Schlitzer-Trio. Ähm. Oh man, das interessiert auch jetzt keines. Mach einfach drauf. Hau einfach drauf. Jawohl. Genau so. Jetzt wollte ich gerade noch mal schauen, ob sich das lohnt, gegen die Monster überhaupt zu kämpfen. Sonst würde ich jetzt einfach sagen, ich will Gold geben die noch mal 100. Das ist ein bisschen lust, aber es ist auch nicht viel. Wow. Nichts. Dankeschön. Vielleicht noch ein Buch zum lesen. Vielleicht noch ein Buch zum. Vielleicht noch ein Buch zum. Vielleicht noch ein Buch. Vielleicht noch ein Buch. Vielleicht noch ein. Warum? Jetzt. Vielleicht noch ein Buch. Okay. Dankeschön. Schauen wir mal, was es hier drüben gibt. Nicht viel. Da hinten gibt es nichts. Heilungsschutz Aura haben wir sowieso ganzheitlich gebraucht. Nö. Nö, das sehe ich jetzt nicht ein. Also gut, dann haben wir das jetzt zumindest mal so weit erkundet, sage ich jetzt mal. Diese erste Räumlichkeit. Dann würde ich sagen, ein paar Fässer. Ein Trollbus. Ne, danke. Gold. Ja, hier können wir jetzt noch ein bisschen. Gebietsringen, auch nicht schlecht. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Oh, mischt. Ich habe komplett den Plan verloren. Ja, das werden wir jetzt in der nächsten Folge dann schauen, wie wir da am besten Streich kommen hier. Dann werden wir alles erkunden. Und ich glaube, das sollte... Oh, Heiligen Asche auch nicht schlecht. Das sollte mehr als reichen quasi, um die Folge wiederzufüllen, bis wir hier überall durch sind. Und wenn ich jetzt noch level, wird es vielleicht auch ein Fahrer, wenn die Heilige Schuss Aura wirkt. Ähm... Wow, 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 wow. Wow. Da greift es zweimal an? Ach, mach einfach mega Heilung. Ähm... Typhus Maitze Bayle. Perlen Tor. Ach so, das ist nur einer? Ich glaub, das ist ne Gruppe. Und warum ist er jetzt tot? Ich hätte doch bei version seine Heilung nutzen sollten. Ah, ok, kommt noch an. Die Manns das machen echt schön. heiliges kanonrohr da hilft nur team rufen ihr macht den rest weg 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 sie geben nicht mehr viel enttäuschend frischen stück stein zu ja da geht es hoch will ich jetzt schon sein ehrlich gesagt nein wie gesagt dass wir uns für nächstes jahr auf also deswegen da hinten geht es noch irgendwo hin nein ich will jetzt nicht okay dann hier ist nichts hier gibt es echt nichts für uns so was große mitte wo geht es denn hier hoch sag mal hat es noch ein ende da ist noch eine kiste noch ein stück urikalkum jetzt haben wir aber genug jetzt haben wir da eins und hier zwei heilige scheiße wie war denn das rezept noch mal also wir haben jetzt sowieso kein ding da hier ist sowieso zu ende also dann ist alles nichts passiert dann gehen wir einfach nach hause und zwar geht sie nach oh können wir hier landen wir landen jetzt einfach mal ich habe ja ich habe jetzt eigentlich ja das falsche gewählt und zwar heilige mutter maria gottes nein scherz alchemie kessel dass wir heute noch die folge zu ende kriegen heilige odin bogen so zwischen origalkum stein schwert das ist ja das rostige schwert bin gespannt ob das das richtige war da könnte in der tat was dran sein und jetzt noch transfer 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 kraftschild ist da ja das kraftschild ist schon gut ähm jetzt hat er abwär 230 232 sehr gut 250 die statics sind gut und er hat jetzt eine stärke von 135 das ist genau so viel wie erben ok ja ja ok ähm du 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 mystische quelle und dann äh wüsste ich auch gar nicht ja wie gesagt gehe ich ans leveln ihr könnt weiter genießen ja von mir aus die zeit muss sein aber sie lacht trotzdem du bist aber nur ein pferd ich meine ich wunderschön danke danke und dann würde ich sagen danke fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss tschüss